Moment. Hier habe ich eigentlich nicht gespeichert. Das ist nicht mein Speicherpunkt. Ich habe nämlich vor der Tür gespeichert. Spiel, du hast mich um ganze 15 Sekunden beschissen. Gut, was ist der typische Frauenberuf? Ich könnte mir jetzt aber selbst nicht vorstellen, einen Pflegeberuf auszuüben. Ich habe mal, damals von der Voss aus, im Altenheim Praktikum gehabt. Und das ist absolut kein Beruf für mich und das Spiel ist bockenlaut. So, machen wir mal so. Ich habe es jetzt ein bisschen runtergezogen. Ach, schau an! Er hat sich auf eine Frau gebetet, oder? Wie ist das Gegenteil? Ja, sogar eine Blank-Pig-Fahrt auf eine Truffel, jetzt und wieder. Aber du weißt, was wirklich klappt? Die Konsistenzigkeit. Und ich habe das von all meinen Teilen aus. Was? Zeichen der 12 plus 1? Es ist besser. Wunderschönen guten Abend. War bei meiner Mutter als Erzieherin? Uh. Erzieher ist auch cool. Du machst das erste halbe Jahr Pflegepraktikum. Und dann Sozialpraktikum. Ich hab im Kinderheim gearbeitet da. Das war cool. Also das war eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Welches Raum hast du ausgelöst? Lass mich sagen. Alles gut? Wie hast du das gewusst? Ich wusste, dass das Geräusch von irgendwoher. Ich habe damals meine ganze Zeit Zeit da verbracht, aber, äh, ich habe es nicht mehr aufgrund des, äh, aufgrund des, äh... Was ist passiert? Na, ich bin nicht zu sicher, dass dein Vater mich über das mag, zu sprechen. Aufgrund des, all das Swearin' und Stielin' und Fuckin' involviert. Was? Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mag ihn jetzt. Ich habe Dinge, die sich nicht zu spüren. Ich mag ihn nicht zu spüren. Ich mag ihn nicht zu spüren. Ja, ich mag ihn nicht zu spüren. Die Röden sind mit mehreren, als die übrigen, und die Böden zu spüren. Du hast es gesehen? Hast du eine Idee, woher sie kommen? Vielleicht sind sie weg. Vielleicht sind sie weg. Oder es könnte, Odin wird wiederum. Ja, aber ist das Odin? Das Odin wird verloren. Warum fragst du einen, während er dein Gesicht ausfüren? Äh... Wir werden nur aufmerksam sein. Aber so. Was wissen Sie über das Swearin in der Welt? Ich weiß, dass er zu groß ist. Oh, okay. Okay. Das war's. Er kann nicht... Zwerge sind bockalt. Und er kann mir nichts über diese... äh... fette Schlange erzählen. Das ist doch... So, warte mal. Was kriegen wir denn noch hier? Ab... Wow! Das ist die pure Deathrüstung. Nice. What? Horizon! Danke für deinen Host. Oh, man. Hi. Was ist das denn für ein Emote? Was? Hyper... Was? Blass Hyper-S. Öh. Kann ich nicht. Aber ist cool. Sieht derpy aus. Ich mag derpy Sachen. Okay. Stärke und Abwehr. Warte mal. Vergleichen. Alter. Alter! Und die kann noch verbessert werden. Ja. Ich will die Metallplatten... den Metallplatten-Schulterschutz. Geil. Aha. Aha. Jawoll. Äh. Dave Mann. Überließ mal. Überließ meins. Okay. Was? Wie? Soll ich überlesen? Ach so. Ach du hast es angekündigt. Ah. Alles klar bei dir. Jo. Alles super. Und bei dir, Ryzen? Das wäre lustig gewesen. Ich habe es voraus gesehen. Wie, wo, wat? Öh. Ich komme schon wieder nicht mit. So. Aber die sind kackenteuer. So. Ey. Es verbessert halt einfach alles. Das sind genau die Sachen. Und alles, was ich Minus mache, ähm, liegt nur an den Runen, die drin sind. Vor allem ist es Stufe 3 und es lässt sich halt noch zweimal verbessern. Das heißt. Warte mal. Wie sieht denn das Teil denn überhaupt aus? Ah. Okay. Wie will mein jetziges? Ja. Ein bisschen mehr. Aber. Ach. Oh. Warte mal. Er kriegt auch neuen Stuff. Ähm. Warte mal. Welche Farbe hat er? Blau. Das heißt. Das da. Genau. Heilungssteinvorlage. Er hat aber noch nie was gefunden. Er hört dir Heilungsstein wirklich. Oh. Das ist natürlich geil. Fuck. Oh. Das ist natürlich super. Was weiß ich das? Schrei aufdecken. Ne. Genau. Stimmt hier, äh, gegen Fliegeviecher und... Was beim Schnellfeuer versucht der letzte Fall mehr Schaden. Was ist denn Sperrfeuer? Wann hast du den Sperrfeuer gelernt? Ich werde nicht mal was erzählt, du Rotspalk davon. Warte mal. Zauber. Achso. Genau. Hier einfach random Stuff. Ne. Aber. Wir haben doch ein paar Artefakte, die wir verkaufen können. Schön, dass du die Details schweigst. So. Ähm. Den würde ich behalten. Da haben wir jetzt alle verkauft. Was wird es sein, Shorty? So. Boah. Ich will jetzt diese Rüstung haben. Wir fangen natürlich bewusst an. Ja. 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 Ausrüsten. Gut. Metallplatte ausgerüstet. Ähm. Was habe ich denn noch? Noch 13.000 an Kohle. Äh. Ja. Ausrüsten. Boah. Wir sind Stufe 3. 180 AP jetzt. Das ist geil. Was? Äh. Okay. Horizon ist verkackt. Wie. Was? Wo? Wir sind Stufe 3. Habt ihr euch schon wieder zusammengetan, um mich zu mobben? Oder wie verstehe ich das? So. Oh. Hier. Äh. 9.6. Ich kann jetzt meine alte Rüstung verkaufen, ne? What? Oh Mann. Teschi Boy. Dankeschön für deine zwei Bananen. Vielen, vielen Dank. Ich hab... Ich muss grad ganz kurz echt selber überlegen, was das nochmal für ein Alert Sound ist. Ich hab's selber voll vergessen. Aber danke. Vielen, vielen Dank. So. Moment. Was ist denn das? Shoppen, runen... Was? Wie? Wo? Habe ich denn den her? Ja. Blub, blub, blub. Vergesst meinen Wecker auszumachen. Ich bin ein Idiot. Ähm. 3.7. Aber der gibt halt nicht viel zurück. Okay. Das wird dich für heute. Aber das sind die, die wir gefunden haben, ne? Hm. Mhm. Der sieht scheiße aus. Weg damit. Der ist eine Spartaner würdig. Ich würd grad das gern drehen in dem Menü. So Rundumblick und so. Aber what the heck. Und der schmeißt nochmal mit ne Banane. Wie wirft man mit Bananen? Äh, das sind die Bits. Aber da mein Channel sehr, sehr bananig gehalten ist, hab ich mir halt überlegt, äh, die Bits sind auch Bananen. Und nochmal danke für deine Banane. Äh, für deine... Oh! Apropos Banane. Ihr könnt euch, ähm, ihr könnt jetzt untereinander eure Bananen vergleichen. Da braucht ihr aber, äh... Hi, der von Schade. Hallo und... Ich sag einfach weiterhin Nixio. Äh, auch wenn's falsch ist. Aber so kann ich's mal merken. Hallo Nixio. Wunderschönen guten Abend dir. Äh, was? So, genau. Ihr könnt euch jetzt untereinander eure Bananen vergleichen. Und zwar mit, äh... Scheiße. Tash ruft noch ne Banane auf mich. Danke, danke, danke schön. Gott. Ich seh schon, heute geht's wieder mit den Cheeren los. Wo hab ich denn die Commands? Nein, ist das nicht unter den Commands. Äh, hier ist es. Verdammte Kohlenserwe. Das kann ich noch 36 Mal machen, um Gottes Willen. Ähm, so. Mit Ausrufezeichen Vergleich und dann den Namen von jemand anderem. Könnt ihr ihn zum Bananen vergleichen herausfordern. Es kostet aber, äh, 10 Bananen. Aber der Sieger bekommt beide. Also er kann... Entweder man gewinnt 10 oder man verliert 10. 50-50. Also Ausrufezeichen Vergleich und dann den Namen vom Anderen. Couch Monster Ausrufe. What? Wait, what? Ach so, ah! Ah, 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 ah! Okay, jetzt, jetzt... Ich guck euch ein bisschen zu und verkauf einfach mal hier schnell Mumpitz. So. 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 Und Tash fordert, äh, Golf GTI 105 PS heraus. Mal gucken, mal gucken. Ja, die anderen müssen natürlich auch annehmen. Waffe bei dir ist das natürlich ultra mies mit dem Namen. Tash? Hat mich das jetzt 10 gekostet oder muss sie annehmen, sobald sie annimmt? Glaub ich. Ich glaube, wenn nichts passiert... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den anderen Command überarbeitet habe. Du musst den Namen eingeben, äh, Golf GTI. Du musst Vergleich, Lea, äh, Tash 91 eingeben. Dann nimmst du die Herausforderung an. Oh, boah, ich hätte euch das nicht erzählen sollen. Komm, ich verkauf mir den ganzen Scheiß. Was ist das? Äh, Runenabwehr. Nö, weg. Nö, weg! Nö, weg! Ähm, na ja, dann... Nimm... Na, vertippt! Golf, bist du am Handy? Hm? So, jetzt müsste es losgehen. Ah, Vergleich, Tash 91. Der Bot braucht gerade... Ich brauche wichtige Gegner. So, warum passiert da nichts? Im Test mit Bob hat alles geklappt. Ich glaube, der Bot... Er hat den Bot, glaube ich, überfordert. Jetzt einfach gerade. Hm. Komisch. Eigentlich... ...hat alles geklappt. Osweya hat nicht angenommen. Mögliche Gewinne dafür. Erstens, Osweya schämt sich. Zweitens... ...hat nicht genug benahnt für uns IFK. Viertens, hat eine Hose an. So. Weg mit dem ganzen Shit. Dann... ...Hüftrüstung fehlt uns noch, ne? Was hätten wir mit Metallplatte, haben wir gesagt, ne? Äh... Genau. Herstellung. So, Palump. So. Wir sind jetzt Stufe 3. So. Kann ich hier schon mal was verbessern? Oh, wie kann ich die Bewusstestung gleich mal verbessern? Ne. What the heck? Sechs Bananen! Nochmal! Danke, Teschi Tesch! Äh... Ich habe dafür nicht angenommen. Ja, irgendwie spinnt's gerade. Ich bin einfach zu mächtig. Nein, nein, nein! Es bezieht sich nicht auf die Bananen, die ihr gesammelt habt. Teschi hat nicht angenommen, was? What? Okay, ich darf es nicht. Macht mal untereinander kurz aus, äh... Wer mit wem jetzt schnell ein Duell sich liefert. Hallo, Baba und Dave! Hallo, Desness! Ha, ha, ha! So, das kann ich auch nicht upgraden, das kann ich auch nicht upgraden, verdammt! Welten Schlangenschuppe, boah, die waren hier irgendwo, ne? Na, verdammt! Vergleich Golf GTI 105 PS! Das ist der Recovering! What? Wieso denn Recovering? Ha! Das sind diese Minigames, die im Bot schon vorprogrammiert sind. Wieso recoverst du denn? Du hast doch kein Battle gehabt. Oder habe ich es nicht gesehen? Moment. Warte mal, ich sehe gerade, mein Bot spinnt eh. Moment mal. Nee. Gott, wie viel hast du noch? Aber vielen Dank. So weiter mit zwei Bananen. Und das haben wir nicht. Ich brauche diesen kackfesten Stahl. 45.000! Oh, die Pfeilkapazität auf 4. Vielleicht werden uns die 3 ja schon immer so selten. Genau, also wir zeigen Vergleich und dann den Namen. Oh ne, die Klammern natürlich. Ähm, so, kaufen. Hä, wie soll kaufen? Warte mal, ich kann dir bewusst, dass du ein Kaufen? Ich kann meinen Schmarrn wieder zurück kaufen, oder wie? Stärke Apfel. Ah ja, das ist das, was ich ihm verkauft habe gerade. Okay, okay. Ja, will ich alles nicht. Komm, mach es mal weg hier. Lauf, GTI. Danke für deine Banane. Okay, Nuss. Also irgendwas spinnt leider in dem Bot. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Wie gesagt, ich habe es mit Bob getestet. Und da hat alles wunderbar funktioniert. So. Okay, was ist gut? Oh, boys. Ach, den will ich gar nicht. Ich entzenden uns noch was hier. What the heck? Kimmers! Dankeschön! Oh Mann! So. Ja, zu den Plätzen. Nochmal danke für deine drei Bananengolf, GTI. So. Was benutzen wir hier? Stärke ist gut. Abwehr ist Bullshit. Vita. Ohne Stärke 3. Ohne Bonus. Die werden schon auf einen Gesundheitsschub bei einer Parade. Na ja, auf Gesundheitsschub bei einer Parade. Und das klingt doch nett. Vergleich. Da finde ich vor der Golf GTI zum Parade. Hat nicht angenommen. Vielleicht müssen wir den Cooldown höher setzen. Wenn hier keiner annimmt. Äh, so. Ich hatte noch was. Hä? Ach, das ist die Standardrüstung. Tash. Nochmal vielen, vielen Dank für weitere fünf Bananen. Und Golf GTI. Auch danke für deine zwei Bananen. Wo der Alert gleich kommen wird. Äh, hallo? Ja, da ist er. Oh Boys. Oh Boys. Ähm. Ich möchte eigentlich hier was einsetzen. Hä? Was hat nur los? Ach so. Oh. Das ist. Oh. Nein. Scheiße. Ich habe vor, bevor ich es verkauft habe, die Sache, die Plätze nicht geleert. Äh, weiter mal. Den hier. Und testen wir dann eine weitere Banane. Und gerne. Vergleich Finino. Finino. Oh. Golf GTI 105 PS und Finino sind bereit. Der Bananenrichter legt das Maßband an. Und Golf GTI 105 PS hat die größere Banane und gewinnt damit 20 Bananen. Bei einem 10er Einsatz. Und so. Und so. What the heck? Und wirft gleich mit 4 Bananen davon auf mich. Oh Boys. Ehh. 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 No sellout. Aber... Da oben. Ehh. 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 Duh. Ehh. Dankeschön für deine Banane. Oh Mann ey. Ich bin nur gerade irritiert. Täsch nochmal mit zwei Bananen. Und Golf KT nochmal mit drei Bananen. Ich kann die Banane nicht werfen. Ist okay. Gar kein Thema. Wie macht denn da läuft bald aus? Oh mein Gott. Leute. Dankeschön. Aber hört doch mal auf. Oh Boys. Ich denke jetzt sind aber 14. Gott im Himmel. Kann mir da noch jemand sagen woher der Sound ist? So. Hier Quizfrage. Äh. Was hast du denn drin? Ähm. 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 Erholungsgeschwindigkeit. Ähm. Ähm. Er hatte keine Infusionen. Er hatte keine Infusionen. Ähm. Das hier. Das ist ja. Das ist ja scheiße. Ähm. Das fragt er jeden der Bits spendet. Was? 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 Ich komm nicht mit. Sonst. Warte mal. Was ist denn das Höchst wenn ich nur eine rein tun kann? Äh. Warte mal. Hatte ich nicht Stärke 4 irgendwas? Da. Hier Stärke 4. Aber abklingt es in 4. Ja. Das sag. Achso. Ja. Das frag ich wirklich immer. Und Hesh. Danke für eine weitere Banane von dir. Ich steh auf deine Banane. So. Guck mal einfach mal. Geht's irgendwo noch hoch? Nö. Hä. Was denn die, die gerade drin ist? Das ist die hier. Okay. Warte. Ich muss hier gucken. 14. Alter. Hat doch alle einen Schuss. Alle so einen Schuss. Aber vielen, vielen Dank. So. Ähm. Steuerung war. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Natürlich. Wir müssen eben über die Branche nach der Vanaheimtalle gehen. Gehen wir nach der Vanaheimtalle? Oder explorieren? Dein Geist. exploring will ich jetzt eigentlich haben es ist hier ach so halt mal ja klar wir müssen das ding hier drehen oder wir haben das teil doch gewählt das war immer stimmt alles gut alles gut alles gut wir haben es doch geht weder bis es denn jetzt wieder nach hier ausgewichtet egal davon ist gegner oder aber doch der will irgendwas machen einfach nein weil das spiel ist viel zu laut mehr ich jetzt noch mal ein bisschen leise ist das spiel denn so laut was wir so kommt nur her wo bist du da danke für deine banane wow ich habe jetzt das erste mal absichtlich die combo absichtlich die kombi kombi die combo an eingesetzt holi ist die strong holy shit ist die strong und danke nochmal für den bananen tisch so wieder heilen war hier irgendetwas warte mal klop und jetzt so was 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 stöhnt der schwedervor wo will er was stöhnischen und die gegner wieder hier das ist gut deine lud habe ich hier ist auch alles fuck ich bräuchte doch noch so ein energy crystal damit ich das ding da lesen kann shit wo ging es denn hier hoch oh ne doch nein ah ja ja hier ich muss erst wieder reinkommen der letzte stream ist zwei tage her weiß ich doch alles nicht mehr soll ja langsam wissen dass ich bin ein smarter junge haben wir wachen merken kann ich nicht viel zu alt dafür mittlerweile bin jetzt gespannt wie das mit dem schwarzen aber auch dann weitergeht ist der andere dorf jetzt wieder hier doch er ist da der bruder wieder herumgefummelt der ganze chat besteht nur noch aus bits danke tash was machst du hier auf der war daneben spiel ich muss wölfe töten was soll das denn hier seid keine wölfe oder golf danke schön ich habe wieder auf das klingt ja gar nicht vom spiel mit ach kenners da warte mir sind wieder gegner wenn ich also auch meine fähigkeit ist wieder da war die tour die ich gelootet habe ok aus jetzt golf das muss ich gerade echt den alert muten aber vielen wird dann trotzdem kann ich das jetzt endlich kaputt machen immer noch nicht mehr scheiß es immer noch gelockt da komme ich auch noch nicht hin ich habe super ganz toll ist der wolf da die zurückfliegende angst hat ihm ins was wird ja im sommer ich komme wieder der ganze chat ist voll mit cheers oh ja alles bekloppte hier ernsthaft status wow kann es die stufe nicht ohne command von mir gehen vorgott ich sehe so wie keine unterhaltung die spielo ich kann nicht anders dankeschön für weitere zwei bananen an die spielo aber es ist aus einem spiel so wie kann ich sagen das hat immer noch keiner erwarten ok der rauch ist vorne also schon bis da vorne konnten wir ja genau mit der ich die tür das ist dann so gegangen stimmt aber an die kämpfe da war der fette boss der mich einfach mal die scheiße aus dem leib geprügelt haben so der light of aufheim sollte es jetzt weghauen ja muss ich irgendwas machen ich muss einfach gehen mir springt doch gleich irgendwas ins gesicht und ich erschrecke mich wieder kloppt und zwar im letzten stream so mies der jamske alter töte das kind ich würdige so gern also manchmal mag ich den jungen aber manchmal geht mir einfach nur auf die nerven muss ich sagen er brabbelt so viel und dann ist er immer so 7 gescheit also manchmal denke ich mir wirklich so geh doch einfach in der wildnis verloren geh weg so jetzt kommt es gleich so das licht ist verbraucht butter wie leer ich stehe jetzt mitten drin umzingelt danke für deine banane wow abgeschlossen das licht von alfheim nein toll klettern es ist aber nicht selder klettern selber geiler ich werde darüber verdammte scheiße ähm moment ihr könnt nicht irgendwas machen hier irgendwo loot irgendwo ist hier loot komm du kannst doch da gratos boh fick dich gratos ja dann halt nicht ist ok so ähm erst mal da rüber dann da hoch oh nein finino dankeschön für zwei bananen fang ich tu auch noch an so so stoffi ja ich glaube sie haben nur auf und links niemand weiß warum sie sind zurück zu ihrem hauwan thiodanon vielleicht ich frage mich ich frage mich ob sie in der bauern ist ein so ein wichtiges gigant golf dankeschön für 100 bananen wow dankeschön alter das ist schon jetzt hat doch alle beklopfend der wahnsinn so so mehr black breath naja mehr black breath wow guck mal im echtlimm könnte ich ja nicht stehen wie weit kriege ich meine axt schon ich eigentlich gar nicht so weit oder ja wobei dieses feature ist immer noch eines der coolsten ganz ehrlich und jetzt ist das licht leer darf ich bitte ich will mich eigentlich umschauen das ist ja das ist gar ein bisschen doof dass es wieder so linear ist also für ein lineares für ein lineares spiel für ein lineares spiel bietet es schon echt viele freiheiten das ist sausaugeil so tesshi 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 tessh danke für eine weitere banane mit einem kapper die kappanane gibt es das wort kappanane wenn nicht das ist eine kappanane so woher gehen wir? die entrance ist da hinten bist du in einem hurry? nein aber du bist normalerweise ich bin froh darüber zu gehen die der 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 die die ihr das ist der Willst du schon weg? Wir haben gerade hier gewonnen. Mann! Sohle! Ihr könnt auch einfach, wenn ihr irgendwas anklickt, könnt ihr die Zahl einfach ändern auch. Dankeschön für deine 5. Aber du kannst zum Beispiel auch die 1 einfach löschen und durch eine 5 ersetzen. Dann musst du es nicht 5 mal anklicken, den Schmarrn. Nur so als Tipp. Wenn du das zum Beispiel Gag halber 77 machen willst, weil Reasons, dann musst du es nicht 77 mal anklicken. Einfach die Zahl löschen. Das habe ich auch erst von der Woche aber ausgefunden. Aber vielen, vielen Dank. Was geht denn hier ab? Ich habe keine Ahnung, Mio. Die machen dir alle Konkurrenz. Genau, Tash. Machen wir mit... Nein! 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 Bitte nicht, Mio! Und Tash, danke für deine 13. Alter! Warte, ich will hier was spielen! Das hat eine gute Story. Können wir mal aufpassen, bitte jetzt! Holy fuck! Und nein, Mio, wir machen nicht Dave wieder kaputt. Warte mal, da steht doch einer. Ah, nein, das ist der Sohn gewesen. So. Sag nochmal, danke, Gold für deine 5. So, jetzt. Was, ich habe nicht aufgepasst. Was hat er gesagt? Okay, da steht ein Stein. Bist du ein Gott? Wieso nicht? Weil wir ein Spiel mit Story spielen. Ein bisschen tiefere und diepere Story. Äh, als bei Bayonetta. Bayonetta war ja... Ja. Wobei, Story war eigentlich schon gut, muss ich sagen. Alter! Es funktioniert wirklich! Ihr mir nicht glaubt, uns ausverwirrt. Dankeschön! Was ist bald? Hä? Was, hä? Was hört der? Kennen wir es doch wieder schon. Ja, du. Ich nicht. Klopp! Wie kann ich... Ich wollte gerade sagen, Geld. Äh, falsch hast du. Klopp! Auch noch was? Ne. Ist das Odin? Das ist doch Mjölnir, der Hammer. Ne. Thor hatte Mjölnir. Jetzt komme ich durcheinander. Thor hatte Mjölnir. So. Warte mal, wenn ich auf das Ding zeig... Was sagt es? Ach. Keine Beine, keine Angsthäuse. Keine Ruhe. Keine Ruhe. Keine Ruhe. Hm. Ich hab keine Ahnung. Diesmal da drauf. Ja, genau so setzt man die Lohnen dann zusammen. Aber... Ach, ja. Wo ist das Ding zum Anhalten? Egal. Ja, doch ein Ersten. Welcome to Break. The Dave. Äh, wer die letzte Banane wirft? Die... Was? Ähm. Moment. Ich lese gleich. Hallo, Pheros. Oh, what? Du kannst nicht. Ich will meine Axt haben, bitte. Danke. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Kann ich jetzt abbrechen? Danke. Das wollte ich gar nicht. So. Äh. Äh, willkommen. Break the Dave. Hä. Danke. Wer die letzte Bananenwirft, die selbst kaputt macht, bekommt Ruhm und Ehre. Kann ich auch Ruhm und Ehre haben? Und mich einfach selbst kaputt machen? Aber dann habe ich Ruhm? Dann bin ich dabei. Oh Gott, Ferus! Was hast du getan? Was hast du getan? Hi Ferus! Der ist stark für zwei Bananen. Der ist stark für eine weitere Bananen. Der ist stark für eine weitere Bananen. Alter! Oh, Ferus! Ich hasse mich gerade so sehr! Aber die Bitf... Golf, danke für den Bananen! Alter, das ist doch nicht euer Ernst, Kinders! Das war Challenge Accepted, Alter! Oh, ich habe irgendwas selber ins Auge gepustet. Das war richtig dumm. Alter, wie lange es halt dauert, bis es nachkommt. Oh, das hast du heute schon gesagt. Wie, was? Achso, ja, ich erinnere mich! Wo sind jetzt erstmal Challenge Accepted? Oh Gott! Ja, nix! You're same! Kann ich dich runterhauen und looten? Nicht? Oh doch! Ich mache den Bit erlaubt gleich wirklich aus, Leute! Musst du da auch? What? Nur in der Pause! Oh, ist das? Da ist er! Da ist er! Oh! Oh! Kann ich mal was sagen! Okay, 30 Sekunden Pause! Ne, 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 ne! 30 Minuten Pause! So! Bis zur Pause macht ihr jetzt auch Pause! Ist das okay? Ist das ein Deal? Wir spielen jetzt endlich! Wir spielen jetzt endlich! Oh fuck, ey! Okay, ist der letzte! Gott sei Dank! Also nicht Gott sei Dank! Also nicht Gott sei Dank! Ja, doch, ne, doch Gott sei Dank! Bleibt dabei! Das Ding bleibt heute bei mir extrem! Liegt das an den Bananen! WTF! Oh! Indeed! Ich habe einen Haufen Drop Frames! Okay! Warte mal! Why? Mein Upload! No Deal! Oh, jetzt im Moment! Warte mal, warte mal! Ja, ja, ja! Chat, was ist da los? CPU-Auslastung 24 Prozent, das ist voll in Ordnung! 3.700 Upload, rot, roter Upload! Ja, wir fern das von Europatischsammeln! Warte mal, wir knấu in Ordnung! Ich mache mir mal ein typicales Bild schnell! Als Quertos einen schönen Oberkörper ansehen! Oh...